Liebe Jungs und Mädchen, oder was auch immer, ich bin Captain Jack Sparrow. Ah, der eine oder andere kennt mich womöglich. Ich betrachte, wie ihr vielleicht wisst, hin und wieder, eigentlich unentwegt, die Welt am liebsten durch den Boden von einem Glas. Rum. Ungefähr so. Oh. Euch mögen vielleicht auch Gerüchte zu Ohren gekommen sein, dass Jack Sparrow eine Besatzung anheuert, um Richtung Quelle der Jugend aus dem Hafen auszulaufen. Nicht die Wahrheit. Oh, nein. Aber wäre es auch nicht nicht die Wahrheit, würdet ihr doch nicht dabei sein wollen, oder etwa doch? Nein. Der Tod erwartet uns. Auf unserem Weg. Zur Quelle der ewigen Jugend. Ihr könntet eine Expedition leiten. Ihr seid Jack Sparrow. Fehlt da nicht irgendwo in Captain? Es kursiert das Gerücht. Jack Sparrow ist in London. Er sucht nach der Quelle der ewigen Jugend. Sei kein Trottel, Jacky. Die Quelle wird dich prüfen. War das wirklich nötig? Gentlemen. Es geht um die Quelle. Meerjungfrauen weisen uns den Weg. Bereit, wenn sie es ist. Was hast du vor, Jack? Nur zur Info. Wir übernehmen das Schiff. Ist nichts Persönliches. Du hältst dich einfach da raus, indem du dich... Einfach da raushältst. Die Reise birgt viele Gefahren. Als erstes. Meerjungfrauen. Zombies. Blackbeard. Der Pirat, den alle Piraten fürchten. Wenn ich die Quelle nicht erreiche, wirst du es auch nicht. War das alles? Ich sehe schon. Es hat begonnen. Erneut! Sind wir nicht Männer des Königs? Wieso musst du immer mit etwas Schärfem auf mich zeigen, wenn wir uns begegnen? Genau so kenne ich Jack. Kämpfe schon mit der Rende! Kennt ihr das Gefühl, wenn man irgendwo runterguckt und springen will? Ich hab's nicht. Haben das auch alle gesehen, weil ich das nicht nochmal machen werde? Da geht's nicht mehr. Genau so sind wir lesen. Der Idiot ist farnisch, principal Differenzial 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 Vielen Dank.